Ich möchte Ihnen hier alles zeigen, damit Sie wissen, was Sie sich einhandeln, wenn Sie sich, wie ich sehr hoffe, eines Tages entscheiden, hier zu bleiben. Bei mir. Er zögerte. Ich hoffe, einstweilen gefällt Ihnen das Haus der Prinzessin Lysa. Sie hat hier vor mehr als 30 Jahren gelebt. Er bot Betty seinen Arm an und sie ging neben ihm, so als gehöre sie von jeher, an seine Seite. Der Tisch war mit Damastdecken und geschliffenem Kristall gedeckt. Die handgetriebenen Spiegel an den Wänden reflektierten das Licht. Das Porzellan war das Feinste, das Betty jemals gesehen hatte. Es war leicht und fast durchsichtig, wie die Blütenblätter einer weißen Rose. Die Messer, die Gabeln und die großen Löffel indes schienen aus purem Gold zu sein. Ein Diener schenkte Wasser ein und schöpfte Betty eine leichte Suppe auf, die aus Mangos und einem Hauch von Kardamom bestand und einfach köstlich duftete. Dazu gab es warmes Fladenbrot, das so dünn und so knusprig war, als wollte es schon vom bloßen Ansehen zerspringen. Francis beobachtete sie lächelnd, wie sie den goldenen Löffel in die Suppe tauchte und das Brot probierte. In seinen Augen tanzten goldene Sprenkel. Wussten Sie, dass ich unterwegs nach Darjeeling war? Francis nickte. Ja, immerhin hat die Frieda Maria ja mehrere Tage lang für alle Welt sichtbar im Golf von Bengalen in der Flaute gelegen. Mr. Tilleri hatte schon befürchtet, dass das Schiff wieder umkehren würde. Als sie endlich am Hafen ankam, standen vier meiner Bediensteten bereit, um sie möglichst unauffällig zu bewachen. Mr. Tilleri wusste Bescheid? Und die jungen Männer auch, die auf mein Gepäck aufgepasst haben? Darum also waren die so befangen. Es waren Gurkakrieger aus Nepal. Mit denen legt sich hier keiner freiwillig an. Und befangen waren sie, weil sie noch nie eine so schöne Frau gesehen haben. Ach, ich bin nie und nimmer so hübsch wie das Mädchen, das ich dort getroffen habe. Und sie war zudem noch sehr nett. Sie heißt Ava und sie geht hier irgendwo in eine Klosterschule. Es war sehr schön für mich, mal wieder mit einem Mädchen in meinem Alter zu sprechen. Francis' Gesicht verdunkelte sich für einen Moment. Kennen Sie sie vielleicht? Die Eifersucht traf sie völlig unvermittelt. Es war, als ob ein Schwert sich in ihr Herz bohrte. Aber Francis legte ihr sofort eine Hand auf den Arm. Es gibt für mich niemanden auf der Welt, der es mit ihnen aufnehmen kann, Betty. Er zögerte. Diese Mädchen in den Klosterschulen haben sehr wenig mit ihnen gemein. Einige haben in ihrer Heimat große Schwierigkeiten, nennen wir es einmal gesundheitliche Schwierigkeiten. Ein Teil der Mädchen stammt aus reichen chinesischen Familien und ist einmal opiumabhängig gewesen. Oder ist es noch? Die große Hoffnung ihrer Eltern ist, dass sie sich hier erholen und ihre Sucht vergessen. Aber das trifft natürlich nicht auf alle Klosterschülerinnen zu. Es gibt dort auch Mädchen aus Indien oder England, deren Eltern kein Geld haben. Francis läutete nach einem der Diener, damit der nächste Gang aufgetragen wurde. Erzählen Sie mir von der Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben. Wie ist es Ihnen ergangen? Betty war selbst erstaunt, dass sie lächelte. In der Gegenwart von Francis fühlte sie sich auf einmal leicht und beschwingt. Vielleicht gerade, weil er selbst zu ernsthaft wirkte. Sie erzählte und erzählte und Francis folgte ihren Schilderungen der Zeit in Hamburg mit großer Aufmerksamkeit. Er selbst habe sie über Monate dort gesucht, erklärte er, aber nicht gefunden. Nach dem Dinner nahm sie im Salon noch eine Tasse Tee, von dem Francis sagte, dass es der erste Tee der Saison sei, noch so rar und fein, dass er nur in der Stunde vor der Morgendämmerung gepflückt werden dürfe. Man nenne ihn auch den Weißen Tee. Oh, davon muss ich ein Kistchen nach Emden schicken, zu Frau von Mucks, der Großtante des Teehändlers Asmussen. Sie träumt davon. Ich habe versprochen, ihr etwas Tee zu schicken, wenn sich die Gelegenheit dazu findet. Betty wurde auf einmal ganz aufgeregt. Jetzt muss ich mein Versprechen unbedingt einlösen. Francis sah sie liebevoll an. Hat es eventuell bis morgen Frühzeit? Oder besser noch bis zum April, bis zur regulären ersten Pflückung? Und jetzt probieren Sie bitte den Tee. Betty hatte die Tasse die ganze Zeit in der Hand gehalten und war erstaunt, wie viel köstlichen Duft die kaum handwarme, hellgrüne Flüssigkeit verströmte. Sie schmeckte blumig und leicht und Betty glaubte, den Morgentau herauszuschmecken. Dieser weiße Tee ist sehr gut. Er duftet zart nach jungen Johannisbeeren. Es wäre schön, wenn dieser Duft noch etwas stärker herauskäme. Sie sah ihn an. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das anstellen könnte. Francis sah sie bewundernd an. Ihre Gabe, Tee zu erspüren, beeindruckt mich sehr. Er nahm ihre Hand und küsste sie leicht. Betty hatte das Gefühl, dass ihr Herzschlag aussetzte. Unterdessen war der Nachtwind stärker geworden. Ein Hauch von Kühle drang durch die Gasefenster. Es wird bald hell werden und sie müssen noch etwas Schlaf bekommen, damit ich ihnen morgen Lysers Garden zeigen kann. Diesen Augenblick habe ich seit fast zwei Jahren herbeigesehnt. Er reichte ihr seine Hand. Ich werde sie selbst in ihr Haus begleiten. Bitte versprechen sie mir, dass sie nicht allein im Garten herumstreifen werden. Aber warum denn nicht? Betty lachte. Wegen der wilden Tiere? Auch. Er zögerte. Es wird eine Weile dauern, bis sie alle Geheimnisse von Darjeeling ergründet haben. Als Betty am folgenden Morgen erwachte, stieß Siggi gerade die großen Fensterläden auf. Betty blinzelte in die Morgensonne. Das Bett, in dem sie lag, war das Größte, das man sich nur vorstellen konnte. Sie musste sich zweimal um die eigene Achse rollen, um den Rand zu erreichen und auf die Füße zu springen. Nein, nein, Siggi rang die Hände. Nicht mit nackten Füßen herumlaufen. Sie kniete sich vor ihr hin und zog ihr ein paar leichte, seidene Schuhe an. Und nicht selbst anziehen. Es gibt hier schwarze Skorpione. Sie sei eine Dienerin, extra zum Baden und Ankleiden und für Gespräche unter Frauen, wie sie sagte. Für alle anderen Tätigkeiten gäbe es jeweils andere Bedienstete. Betty tappte ein paar Schritte zum Fenster und hätte fast aufgeschrien. Unter ihr lag ein atemberaubend steiles, leuchtend grünes Tal. Jenseits des Tales ragten grün bewachsene Berge empor. Das Schönste aber waren die weit entfernten Felsmassive, die majestätisch unter dem blassgrünen Morgenhimmel thronten, wie unter einem Baldachin. Ihre Spitzen waren mit Schnee bedeckt. Sie haben Glück. Den Kanschan Janga können wir hier nicht jeden Tag sehen. Er ist einer der höchsten Berge des Himalaya. Ist Mr. Jocelyn schon aufgestanden? Siki nickte. Er steht stets im Morgengrauen auf und praktiziert zusammen mit der Yun seine Kampfübungen und seine Meditation. Er hat sich bereits erkundigt, ob sie gut geschlafen haben. Da habe ich nach ihnen gesehen und konnte ihm berichten, dass sie im Schlaf aussehen wie eine Blume. Er war sehr erfreut, das zu hören. Betty spürte, wie sie errötete. Siki tat so, als ob ihr das nicht auffiele und hielt Betty über jedem Arm ein Kleid hin. Eines ihrer leichten Sommerkleide aus Hamburg und ein indisches Gewand, das, soweit Betty das sehen konnte, nur aus einem langen, blassblauen, über und über mit kleinen Brokatblumen bestickten Seidenschal bestand. Es sah wunderschön aus. Was werden sie heute tragen, Miss? Betty befühlte das indische Gewand mit den Fingerspitzen. Der Stoff war weich und zart wie ein sanfter, kühler Nebel. Siki breitete es vor ihr aus. Genau wie Betty vermutet hatte, war es nichts anderes als eine etwa vier Fuß breite und bestimmt 15 Fuß lange Stoffbahn, die offenbar um den Körper geschlungen werden sollte. Dazu gehörten ein leichter, blassblauer Unterrock und eine Bluse mit sehr kurzen Ärmeln. Eigentlich war die ganze Bluse ausgesprochen kurz. Sie sah fast aus wie ein Kleidungsstück für ein Baby. Wer hat schon so kurze Arme? Das wird mir sicherlich nicht passen. Betty war fast ein wenig enttäuscht. Doch das wird es. Es ist sogar für besonders lange und wohlgeformte Arme geschaffen. Für so feingeschwungene wie die ihren. Wollen sie es einmal anziehen? Betty hielt sich die kleine Bluse, die zu ihrem Sari gehörte, an den Körper. Es schickt sich nicht, mit bloßen Armen und einem nackten Bauch herumzulaufen. Sie konnte sich nicht einmal vorstellen, in einem Sari durch ihr Zimmer zu spazieren, geschweige denn es derart gewandelt zu verlassen. Gehört dazu nicht noch ein Mieder oder wenigstens ein Leibchen und ein Hemd? Man kann doch nicht einfach so mit der Brust herumschwingen, dachte sie, traute sich aber nicht, das zu sagen. Siki schien trotzdem genau zu verstehen, was sie meinte. Viele Frauen aus Europa können sich zuerst nicht mit der Kleidung unserer Frauen anfreunden. Aber dann probieren sie sie doch einmal aus und stellen fest, dass es die Brust wunderschön festigt, wenn man ihr gestattet, sich etwas zu bewegen. Ich möchte doch lieber eines meiner leichten Sommerkleider tragen. Wie sie wollen, Miss. Siki lächelte wie stets. Ihr war nicht der Hauch einer Enttäuschung anzumerken. Aber nun müssen wir uns mit dem Anziehen beeilen, da Jun wartet draußen auf sie. Er wird sie zu Mr. Jocelyn in den Teegarten bringen. Es war das erste Mal, dass sie das Haus, das hier alle als das ihre bezeichneten, bei Tageslicht sah. Von der großen, kühlen Halle gingen mehrere, raumhohe Türen in unterschiedliche Empfangsräume ab. Die, wie Siki erklärte, alle in den Tönen gehalten waren, die der Himmel von Darjeeling annehmen konnte. Am meisten angetan aber war Betty von dem Morgensalon, der ganz in zartem Rosa und fahlem Grün gehalten war und in dem alle Stoffe mit winzigen Knospen verschiedenster Blumen bestickt waren. Frances erwartete sie bereits am Eingang des Teegartens. Betty spürte, dass er sie am liebsten in die Arme geschlossen hätte. Auch Dajun schien es zu bemerken und wandte sich dezent ab. Und die Arbeiterinnen zwischen den grünen Pflanzenreihen nahmen von ihnen auf eine sehr auffällige Art überhaupt keine Notiz. Wollen wir uns jetzt den Garten anschauen? flüsterte Frances. Betty lächelte und nahm den Arm, den er ihr gereicht hatte. Wissen Sie, dass Sie mich nach indischem Recht jetzt heiraten müssen? Frances sah sie von der Seite an. Oder musste ich das nach friesischem Recht bereits, als ich sie damals aufgefangen habe? Betty errötete. Zu dumm, dass sie darauf keine besondere Antwort einfiel. Sie presste die Lippen zusammen, schritt aber weiterhin neben ihm her. Der weiche Boden unter ihren Füßen war moosbedeckt. Es duftete zart nach frischen Beeren und nach Honig. Ein leichter Morgenwind wehte von den Hügeln herab und streichelte ihre Haare. Frances drückte ihren Arm leicht an sich. Sie war froh, dass er sie festhielt, sonst hätte sie vielleicht vor lauter Aufregung zu taumeln begonnen. Der Teegarten war riesig groß. Die glänzend grünen Pflanzen reichten in langen Reihen bis über den nächsten Hügel hinaus. Sie hatte sich niemals zuvor darüber Gedanken gemacht, wie Teesträucher aussahen. Nun aber war sie überrascht zu sehen, dass die Erntepflanzen in diesem Garten nicht einmal manzhoch waren. Und sahen sie nicht ein wenig aus wie die Stachelbärsträuchern ihrer Heimat? Die Zweige waren hart und fast weiß, die Blätter daran glatt wie Leder und vorn spitz zulaufend. Frances erklärte ihr, dass immer nur das obere Blättchen eines jungen Triebes abgepflückt wurde. Die Pflanzen in diesem Teil des Gartens waren fünf Jahre alt. Die größte Menge an Blättern würden sie aber erst mit zwölf Jahren hervorbringen. Er lenkte sie zu einer der dichten grünen Reihen, in der gleich mehrere weißgewanderte Arbeiterinnen beschäftigt waren und pflückte eine der zart roséfarbenen Teeblüten für Betty ab, um sie ihr unter die Nase zu halten. Riechen sie etwas? Natürlich! Betty schloss die Augen, um sie dann wieder zu öffnen. Sie nahm ihm die Blüte aus der Hand und hielt sie in die Sonne. Wie eigenartig! Ich kann den Duft dieser Blüte nicht beschreiben, weil er so einzigartig ist. Süß würde passen. Und traurig. Aber auch frisch und verheißungsvoll. Und doch passt der Duft genau zu der Farbe seiner Blüte. Es ist fast, als ob diese Farbe selbst den Duft verströmt. Sie haben eine viel feinere Nase als ich. Und sie haben recht. Es ist diese besondere Farbe, zu der der Duft gehört. Betty überlegte, während sie die kleine Blüte in den Händen drehte. Vielleicht sollte man einen Tee machen, in den man ein wenig von den Blüten hineingibt und nur die äußeren beiden Blättchen. Betty schaute zu ihm auf. Wenn Sie wollen, können wir es gern versuchen. Warum fahren wir nicht einfach in die Faktorei? Die wollte ich Ihnen ohnehin zeigen. Und wenn Sie wollen, können Sie Ihre Teesorte sofort ausprobieren. Mit etwas Glück haben wir morgen Abend 40 Kissen zu 60 Pfund für diesen Barbaren von Rehmburg beisammen. Dann verschiffen wir die Kissen sofort und Sie können diese dunkle Zeit in Hamburg vergessen. Francis hatte das schwarze Pferd am Zügel genommen und Betty auf die Tonga hinaufgeholfen. Sie saß auf dem kleinen Bänkchen der Kutsche, ließ sich die Sonne auf die Nase scheinen und fühlte sich so glücklich wie nie zuvor. Sie hatten die Faktorei erreicht. Ein großes, hölzernes Gebäude, das oben auf einem Hügel lag und sich über mehrere hohe Stockwerke erstreckte. Die einzige Außentreppe führte steil zum dritten und obersten Stockwerk hinauf. Als sie näher kam, sah Betty, dass ein stetiger Strom von Teepflückern die Treppen hinaufstieg. Wie Francis ihr sogleich erklärte, hing das mit der Verarbeitung des Tees zusammen. In der oberen Etage wurden die Teeblätter gewelkt, in der darunterliegenden gerollt und gesiebt, in der ersten Etage fermentiert und getrocknet und zuletzt im Parterre verpackt. Sie stiegen neben den Arbeiterinnen die Treppen hinauf und Betty sah, wie freundlich sie Francis grüßten und wie viel Ehrerbietung er bei ihnen genoss. Das Welken eines Teeblattes kann man nicht beschleunigen. Deshalb verläuft das Leben in den Teeanbaugebieten mit einer ganz besonderen Ruhe. Alles geschieht seit Jahrhunderten im selben Rhythmus. Die Blätter welken immer genau eine einzige Nacht lang. Niemals länger. Niemals geht es schneller. Er drehte sich zu ihr um und lächelte sie an. Kommen Sie bitte mit. Es ist Zeit für den Lunch, den ich gern mit Ihnen einnehmen würde. Später können wir uns dann um Ihren Tee kümmern. Er blickte zu Boden. Heute Abend habe ich leider eine wichtige Verabredung unten im Club, die ich zu meinem Unglück nicht absagen kann. Ich werde auch die nächsten drei Nächte in der Residenz der Campos übernachten müssen.